... und dann wieder ein Freiburg-Lieff. Und Lee gegen Low. Da haben wir's. Und Tengler ist nicht, dass er über den Block geht, soll dann Ertäuscht nur an, geht aber über die andere Seite, zieht zum Korb. Das ist ja der beste Bälle-Klauer gewesen in der ungarischen Liga. Fünktbester Scorer. Da hat viel Druck von Lee gegen Nelson. Nelson und Lee macht so viel Druck und das ist das, was wir natürlich immer wieder mal... Sieben Sekunden Unterschied, Game-Clot, Shot-Clot. Keine Fouls mehr zu gehen. Wir sind schon wieder am Ende des dritten Viertels. Nelson, einfach ein bisschen senkt leider. Jodovic. Jetzt gegen den Druck von Libor. Zwei Minuten noch in dieser ersten Hälfte, die eine interessante Entwicklung genommen hat. Und dann fällt heute, was das Scoren angeht, deutlich stärker. Also was den Score angeht, nicht was das Scoring jetzt speziell angeht. Weil er defensiv und ein viel Gutes macht. Aber dann wird das Scoren losgehen. Und dann wird das Scoren losgehen.